Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Soldier und willkommen zurück zu Black Ops 1 Gun Game und hier ist gerade nicht viel los aber ja wird trotzdem geil weil ich liebe diesen Mod einfach über alles vier Leute sind da drauf gerade eben bin ich gerade gegen Ende reingestehen und habe ziemlich gut gerissen aber das ist ja wenn man auch nicht dabei noch reden muss ist das auch noch mal was anderes also was heißt reden muss ich könnte auch einfach hier aufnehmen und nix sagen aber ist irgendwie ja kein ja ich weiß nicht dass etwas minderwertiges Entertainment als mit meiner Stimme würde ich mal sagen Oh Gott oh Gott Ja genau ist klar Junge was ist das los ja ist klar Alter wie schiert tausender Ping oder weiß lauze mein ne oder fünf FPS nein habe ich nicht aber der war geiler flug und schänzten löschen oh mein gott alter ich hab grad einen krampf in der hand gehabt ich konnte nicht rüberziehen alter die sind aber heute gute und der zweite was hat denn der für ein krass komisches emblem das habe ich ja noch lange nicht gesehen oder überhaupt selten oder nicht mehr oder keine ahnung aber es kommt mir fremd vor man kann sich ja kein hacken also muss es ja aus dem spiel sein was jetzt wer ein beck was auch immer gar gerade war lol ist klar buddy sind los mit dir buddy sind los mit dir ich sag nur gegenfragen Alter ich sag nur gegenfragen wo die sind los mit dir hä kann ich keine mehr killen oder bin ich so doof da mit 6 13 einer Kasse auf das Grablägen er ich gehe ich treffe und beendet die strebe wenn er nicht so ist die Sonderlösse ne die Beziehung so jetzt ist klar ist klar ja wahrscheinlich ist oder ist er hier Einfach mal vorbeigegangen Ja, der hat sich hinter der Säule versteckt Eindeutig Cheating Was sonst, also Ja, wahrscheinlich ist der nicht weitergegangen Und äh Wahrscheinlich habe ich eine Reaktion Wie eine Schrankbahn, oder? Ja, oder auch Etwas Sagen wir eine Schrankwand, die gerade Red Bull getrunken hat Also minimal Minimal besser Aber ansonsten Ist das Niveau doch eher auf einer Schrankwand auf der Höhe einer von der Ja, aber ihr wisst schon, was ich sagen wollte Deutsch F2 Weil ich Brachkünstler bin Nicht Ist klar Ich hab denen jetzt schott gegeben Und er ist nicht tot Ja, das ist jetzt schott Ich weiß Ja Holy shit Walscheinlich verarscht Oder Walscheinlich Nicht getroffen enfim Ab Walscheinlich Einen Seid Bei D D Wie Do What khi Ai Ja Ich so Ich Ich actually da war wahrscheinlich Tote Hose hier Gott 13 24 und das können wir werden hier wie ich sehe es schon wieder hier verliegt 30 Minuten und am Ende ist dann die Soundspur Marsch weil hier Deckscreen oder Gameplay Marsch oder was weiß ich diesen ominösen Blackscreen da und wahrscheinlich getroffen oder das war ja nicht so krass also und wahrscheinlich getroffen so war der geil und der ja genau wahrscheinlich abschießen lassen okay jetzt läuft es langsam ist wahrscheinlich und das ist jetzt zuviel das hat uns kein kein Style mehr wahrscheinlich gefehlt Mann was ist denn da los ich dachte schon ey wenn ich den jetzt nicht gekriegt hätte ich glaub dann werde ich den Cent wieder mal ausgetickt aber jetzt oh so doll ist jetzt brauchen sie bestimmt nicht mehr direkt ne scheiße die hätte ich mal fallen lassen müssen ja ja komm bring ihn um scheiße ey schau mal ein kleck Kirche Bauschein nicht trifft das sind Armbauschein ich habe ich gelegt oder ach man muss das sehen dass doch jetzt nicht so einigen Gekehren das Leben das war schön ist es sonst ist wirklich die Luft raus mal ist er die Erklung ich kann nur zwei Sachen mal die sind das mit ihren wahrscheinlich verarscht ich kann kein deutsch mehr ich heiße nur noch Kollege Rundsgau ein 20 und insofern wie ein hart gekochtes Ei mit Schiener der Oberüberzug Wermer Halter Wormhalter K K K K K K K K K da war ich einfach zu blieeeend was ist denn für legey shit, dude? okay der hat Pech gehabt, sag ich mal war ganz schön, also es ist ja auch von mir ich denke dann Lucky ah gut, das also hieß, hätte ich immer ein bisschen Glück haben können, oder? finde ich nicht au au da hat dezent geschmerzt im ligaem see any what are you analyze? ja schön dass einer bewaff ist und oh what 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 am go on那個 software je oder ist was ist denn was ist denn was ist denn was ist denn los mit mir wahrscheinlich bin ich zu doof diese Waffe zu bedienen und Borschein ich habe schon mal mega Lack kommen wenigstens Top 3 ach komm Ballistik Knives ist Ende Rush gef... Wahrscheinlich Dritter, oder? Ah! Okay, der nächste Mal kommt nicht so viel Wahrscheinlich, dass es weiss. Am wenigstens überdrehen, das ist ja wie, ja, habe ich ja schon gesagt, und Drew, ich würde sagen, die Folge würde ich wahrscheinlich nennen, und danke fürs Allgeschalten, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und teilt's mit den Leuten, denen es gefallen könnte, bis dahin, bis zum nächsten Mal bei eurem Jojo Soldier und Ciao sehen!